willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ihr habt im bildchen schon gesehen der liga wahnsinn geht hier weiter ich glaube es ist mittlerweile die 14 liga wenn ich mich nicht ganz täusche ich glaube im oktober 2018 lief die erste liga und wurde danach noch mal so ein bisschen so ein bisschen umgemodelt beziehungsweise wurde dann ein bisschen verschlimmessert keine ahnung wie man das nennen soll aber es folgten dann ja nach der nur 15er cw auch die 30er cw die spielen wir hier wir spielen in der 30er cw und haben uns auch gut verstärkt ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist weiß ich nicht genau wir sind hier im clan deutschland ert ist so sondern ich leibe mal diesen clan clan und wir sind hier 41 leute können also gut eine 30er spielen in gold liga 1 also hier ist reingekommen wer ein kam vorher auch schon bei den clanspielen und ihr seht das ist eine recht aktive truppe hier und naja mehr oder weniger zwei socken könnte auch ein bisschen mehr machen aber egal wir haben uns so ein bisschen verstärkt und ihr kennt dies ihr kennt dieses genöle wieder es geht ja immer wieder los vor allen dingen so in den liegen gold kristall meister will ich gar nicht mal so sagen aber ich glaube so knapp ist champion ist das ja schon sehr sehr gemischt nach wie vor und sorgt bei dem einen für freud und bei dem anderen für leid das ist das hört glaube ich auch nicht auf ich denke mal das ist auch nicht sinn und zweck das von supercell irgendwo in den griff zu bekommen denn wenn du so ein clan hast wie hier den clan level 13 clan deutschland ert dann kannst du dich natürlich verstärken kannst aufsteigen die eine saison und verstärkst dich in der nächsten saison nicht ganz so stark steigst halt wieder ab und deswegen ist das hier sehr sehr unterschiedlich ihr seht das so ein bisschen auf der linken seite ich bin jetzt mit drei charakteren hier drin und ja will einfach nur meine acht sterne machen mal sehen wie weit wir hier kommen das ist ja jetzt erst mal unser erstes match das ist noch gar nicht aussagekräftig aber dennoch okay es ist ziemlich leben also ich es ist auch ziemlich leben was ich jetzt machen muss aber was was soll ich machen was soll ich machen das ist noch eine der stärksten basis hier und ich kann ich kann vor allen dingen jetzt meine drachen hier so einfach ein fliegen lassen der gegner auch keine clan burg da geben die sich keine mühe entweder hat einmal wieder jemand in schalke nacken und hat sich gedacht naja kommt ich starte hier meine 30er cw auch wenn keiner mitmacht macht dann ja auch überhaupt keinen sinn aber so den ein oder anderen angriff haben die schon gemacht ich will die ich will meine zehn drachen hier in jedem fall kurz mal vorballern und auch die wenigstens den wutzauber sonst kommen meine truppen so schlecht nach und dann habe ich die einige schon mal gemacht ich weiß das ganz ganz leben ihr könnt ja jetzt auch weg gucken oder sowas aber wir haben gestern abend schon ein bisschen anders angefangen also die liga hat ja auch gestern abend schon für mich so hier und da begonnen und unseren schönen live auch mal wieder hingelegt der toto wie sich das gehört in so einem schönen live stream gestern abend auf twitch und ja wenn wer nicht dabei ist ich werde euch das unten noch mal jetzt einblenden kurz einmal die adresse also auch auf twitch die verfolgung dort also die ja wie nennt man dass das wie bei youtube eigentlich dass der abonnent ist dort der follower auf twitch ist völlig umsonst erstellt euch ruhig ein konto dort und verfolgt uns twitcher dort also ich bin ja nicht der einzige clash of clans twitcher dort sondern wie zu ist da ist es da rambo ist da also es gibt einige die auch dort so ein bisschen immer mal wieder stream kommt ruhig mal rein und macht immer mal wieder ein bisschen spaß auch was liga angeht was so ein bisschen ja einfach nur das chatting angeht einige kannten das format nicht das habe ich dann am wochenende in einem live stream mal erklärt was das eigentlich ist in wort und bild war auch ganz witzig hat mir das noch mal so ein bisschen im nachgang angeguckt und habe gedacht naja gut haben eigentlich ganz gut rum und rüber gebracht also wir machen hier auf jeden fall jetzt ein bisschen weiter in der liga ich weiß es ist ganz ganz leben aber immerhin glaube ich habe ich einen der so ein halbwegs also ein halbwegs starkes starkes dorf gegen sich hat also kurzer katte ich springe mal auf den nächsten account mit dem ich angreifen möchte ich glaube ich habe jetzt schon rathaus 9 im repertoire jetzt muss ich aber ganz ganz schnell wechseln ich habe nämlich mal was live ist auch um diese uhrzeit ist es ist es glaube ich selten dass ich mal live angriff habe 7 auf 7 also wir können ja so ein bisschen auf gegenüber oder auf unseren gegenüber gehen und aber auch hier glaube ich für so eine truppe jetzt muss ich mal gucken sechser hocks also der dreamkiller hier ist aus dem plan herausforderer unterstützt hier auch also diese unterstützung kommt immer immer wieder vor ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht aber bei den herausforderern spielen wir halt nur noch rathaus 12 und rathaus 11 so weit ist es gekommen die höhe du natürlich kommst desto weniger kannst du niedrige rathäuser mitnehmen auch wenn du deine 30er spielst macht das nicht wirklich sinn deswegen spielen wir dort auch schon mittlerweile die zweite oder dritte saison jetzt nur noch 15er hier kann man ruhig ein 30er spielen ich meine die leute müssen damit rechnen dass ich jetzt an nicht alle natürlich bonus vergeben kann und je mehr du natürlich mit hast desto weniger bonus kannst du eigentlich vergeben also der bonus bleibt der gleiche aber die anzahl der leute auf die es verteilt werden kann ist natürlich größer und so fallen natürlich einige raus aus der bonus range je nachdem wie viel siege wir einfahren das müsste könnte supercell vielleicht auch mal ändern also wäre vielleicht mal änderungsvorschlag wenn hier schon eine 30er gespielt wird dass sie dann auch entsprechend die medaillen am ende vergeben werden können aber ich bin hier auf dem toto gelandet und ich freue mich übrigens immer eines morgendlichen oder mittaglichen je nachdem wann ich reinkomme ritual und zwar wenn ich hier unten auf den shop klicke dann dieses diese kleinen feuerwerke hier die die erfreuen mein tag auch wenn ich kein paket kaufe ich klicke mindestens einmal drauf danach ist das auch nicht noch mal also könnt ihr ruhig noch mal ein und ausloggen das ist nicht noch mal sondern das ist glaube ich immer irgendwie tagesabhängig oder so keine ahnung dem früher nicht natürlich dann hier dass ich kurz mal meine sachen anschmeiße einmal ein bisschen weg booste und das einsammeln was einzusammeln geht also meistens die beiden stümpfe hier ihr kennt das ritual mittlerweile und dann kann ich auch mit dem hier angreifen ich muss mal gerade schauen was ich am start habe das ist noch die armee okay da kann ich dann einfach so ein bisschen bodengift fordern ich lasse mir mal eben die klanbruch voll machen und dann greifen wir auch hier im klankrieg also in der cwl in der liga an und machen fix mal unseren angriff ja eben habe ich noch von geredet tatsächlich der toto der toto himself hatten ratos 9er base sie ist nicht ganz so gut okay sie ist nicht ganz so gut ich muss mir keine sorgen um klanbruch truppen machen haben wir eben schon gesehen hat halt keine und wenn er auf solche bases trefft weiß ich nicht habt ihr dann irgendwie mitleidsgefühle so nach dem motto der arme gegner oder sagte der hat sie nicht der hat es nicht anders verdient wenn er schon so eine base hat dann soll er doch von der cwl fern bleiben oder könnt ihr mir gerne mal in die comics unten reinschreiben was was ihr immer so denkt wenn wenn ihr angreift wenn er also attackt ich habe hier so ein paar truppen bekommen das können wir so machen hier wir haben jetzt ja eine nicht ganz so starke bases vor uns ich glaube da habe ich schon etwas stärkere bases machen müssen und ich habe hier drei golems am start ich glaube wir springen hier mal rein ein paar von den hexen hier mit rein und die verteidigung ist nicht so gut des gegners aber immerhin hat er eine base ja immerhin hat er eine base und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich die kleinbruch truppen wirklich jetzt für diesen angriff benutze oder ob ich ob ich das nicht für nächsten angriff vielleicht spare ich hier am rathaus glaube ich können wir noch mal rüberjumpen mit unserer ganzen meute nicht dass ich jetzt irgendwo fehle den gift hätte ich jetzt natürlich schon beim könig nehmen können aber ich glaube ein fail wird 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 das hier nur wenn ich jetzt die leitung verliere was was ich nicht hoffe obwohl das in den letzten tagen öfter vorkam muss ich sagen war aber er glaube ich ein emulator problem als dass es ein clash of clans problem war denn ich habe tatsächlich öfter mal die verbindung verloren ich zünde mal fix meine königin dann habe ich alle truppen hier auf dem feld da fliegen noch ein paar bogenschütze hinweg und ich glaube dann sind das hier die nächsten drei sterne mir guckt tatsächlich sogar jemand zu ok ich weiß nicht ob es vom gegner ist oder von uns kann ich auch da ist noch eine bombe kann ich jetzt schlecht sagen aber heute ich kann nichts dran machen dass ich euch so was sie zeigen muss in den nächsten cks wird das vielleicht anders oder aber in den live streams denn beim clan spätze mit soos und auch beim clan gsi warrior haben wir ja schon gegner gefunden bei spätze mit soos weiß ich gar nicht da bin ich ja gar nicht drin also müsste ich dann schon bei den gsi war das ein bisschen was mit euch machen und mit euch zeigen das ganze dann wieder morgen abend auf twitch tv und hier baue ich nur das training mal nach hier das ist zwei momenten ein bisschen ein bisschen teurer oder 2000 ok ja ist noch alte event armee die nehmen wir mal so hin und ich glaube der schief barfuß hat jetzt schon ein paar truppen also wir springen auch auf den jetzt kein schock kriegen ist das gleiche dorf nur etwas stärker ja als wenn ich irgendwo nur das dorf kurz aufgepäppelt hätte ist das gleiche design ihr wisst ich bin fauler basebauer und der das auch das witzige der der kleine toto konnte ratos 9 machen der größere toto machte jetzt in ratos 8 so ist das auch mein gegenüber hier menschen war kurz mal weg und ihr könnt mir aber gerne mal in die kommentare schreiben wie das wie der staat bei euch mal wieder gelaufen ist es gibt ja immer verschiedene stimmen im letzten monat glaube ich gab es ein paar stimmen so nach dem motto ja eigentlich ganz gut klappt ganz gut die liga mauerbrecher fail toto ok naja sei es darum es geht so es geht so ich habe auch keinen sprung zauber dabei ich nehme immer zwei valküren dass die mit mit wute in solche bases reingehen aber mein einer ballon da ist gar nicht mal so schlecht mein einer ballon da ist gar nicht mal so schlecht und dann nehmen wir hier die rockrider auch mal mit hinzu und eben mal drei heilkreise gelegt ich weiß leute das ist ganz ganz leben was ich hier mache also ich was soll ich tun was soll ich tun ich muss das ding hier weg matchen sind halt drei sterne sind die ersten medaillen beziehungsweise auf den weg zu den ersten medaillen hier auch mit diesen accounts hier und dann kann es nur besser werden also ich hoffe auf etwas stärkere gegner ich denke mal wenn man sowas hier leider machen muss dann hofft man einfach dass die nächsten match stärker werden ich kann auch nicht nach oben gehen ich kann jetzt nicht sagen okay den will ich nicht machen den achter hier ich will mindestens hier oben irgendwo einen starken neuner machen aber guck mal auf die gegenüber liegende seite da lauern dann zehner und soll ich jetzt die zehn hat die hier unten machen lassen ich glaube das ist auch nicht richtig oder naja saison start ist auf jeden fall schon mal gelungen ich denke mal das wird hier nur ich kann ich kann mir vorstellen dass es hier und perfekt wo wird denn auch hier oben haben wir schon drei stände geholt der kevin hat das hier gemacht mit ein seiner accounts ich spiele das mal ein bisschen vor auch hier musst du jetzt keine sorge haben vielleicht hat das nicht gelesen und wollte die klamourglocken es gibt halt keine und ist hier mit elektro drachen rein aber ihr seht auch die truppen und auch die helden sind schon ziemlich stark und das ist beim auch wenn der gegner jetzt angreift befürchte ich jetzt nicht unbedingt dass der uns hier weg ballert oder so also und hier ist das auch in hier unten einfach alles auf eine auf eine ecke gesetzt klar da ich meine leute in der mitte da lauert gefahr das gar keine frage ist ein fünfer rathaus hier unten dreier adler aber dann weiß ich nicht warum man sich solche bases baut beziehungsweise warum man so levelt es bringt dann ja nicht weiter wenn der rest der base dann eher mau ist und nichts zur verteidigung hinzuzufügen hat außer kleine infernus kleine x-bogen obwohl der da oben ist gar nicht mal so schlechte x bogen da schon ganz schön weit ok und der entfernung schafft auch noch naja trotzdem trotzdem kleiner overkill hier klein ist gut er schon ziemlich große overkill gewesen aber egal drei sterne sind drei sterne vielleicht legen wir hier mal ein perfekt wohin würde mich freuen dann setzen wir uns ein bisschen ab punkte mäßig weil ich denke mal im laufe der liga wird das auch noch anders werden hier also ihr könnt mir gerne mal wieder unten reinschreiben wie es bei euch der liga start der liga wahnsinn hat wie hat der liga wahnsinn bei euch angefangen bei uns seht ihr zumindest im clan deutschland hat er so angefangen in den anderen clans da müsst ihr kurz auf twitch kennt die live streams nachgucken oder ihr seid einfach morgen wieder mit dabei denn da haben wir auch wieder ein bisschen cwl wir haben wieder ein bisschen was von vielen also ein bisschen clash of clans wenn es irgendwas neues hier in clash of clans gibt dann kann ich euch mal sagen bin ich immer der letzte youtuber hier in deutschland der das rausbringen kann denn ich glaube die masse hat hier entwicklungsaccounts und weiß schon was vorher kommt das weiß ich nicht immer ich weiß zwar ab und zu mal was kommt aber ich kann es euch nicht vorab zeigen so nach dem motto alle truppen gegen dieses neue rathaus oder sowas das geht bei mir leider nicht deswegen bin ich immer etwas verspätet dran und in den seltenen fällen der erste also ist aber glaube ich nicht so schlimm also mir macht das nichts aus ich bringe euch auf jeden fall den content auch vom neuen rathaus 13 wenn es da was neues gibt neue truppen neue level und so weiter neue belagerungsmaschinen neu erhält irgendwas wird er ja nun noch kommen seid gespannt ich werde es auf jeden fall für euch festhalten habt eine schöne weitere woche bis dahin euer toto flasht